Warum kriege ich das jetzt nicht? Eigentlich wollten wir doch nur bis 21 Uhr. Ja, das hat sich ein bisschen... Ah, ich hab's gemacht. Ah, schön. Ja, das hat sich ein bisschen... Ja. Eigentlich war ja auch Murmeln... Geplant, ja, ich weiß. Nur deshalb hab ich hier mitgemacht, weil ich dachte, es geht nachher noch Murmeln. Das hat niemand gesagt. Äh, Fuchs geht wieder in die Ecke. Mann! Kann doch nicht wahr sein. Doch. Ich weiß halt nicht, von wo aus man hier an diese Leiter springt. Doch, doch, das geht ganz locker, flockig und leicht. Nur ist gerade schwierig. Ach, eigentlich. Es gibt echt Momente, da kriegt man den Sprung perfekt jedes Mal immer hin. Und dann, äh, nein. Ich glaube, ich muss ein bisschen zu sparen getrennt werden. Verkackten Bäume. Stefan, ist das Blatt da? Ja. Das ist ein Eckblatt. Nee, das war ein anderes Blatt. Nee, bei mir war's wieder das normale Eckblatt. Wie der auch teilweise die Sprungtaste, wenn mir nicht nimmt. Ja, vor allen Dingen, ich springe, aber... Ach, jetzt. So, jetzt mach ich das. Ich weiß halt nicht, wie ich an dieser blöden... ...Leiter dran bleib. So. Der Leiter. Und LPVP Lama. Hm, hi. Was geht? Ja, rumfailen. Mhm. Was meinst du, warum ich bei mir auch geschrieben hab? Failen mit Björns und Snow oder so. Und Siljan. Hm, hi. Und Fluffer. Und Fluffer, danke für dein Follower. Und PvP Lama, die auch. Danke für dein Follower. Jetzt sind schon wieder die blöden Wolken da. Ich hasse es. Ach, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt. Komm. Jetzt. Okay. Spring, spring, spring. Können die Wolken sich mal verziehen? Chris hat gerade ein bisschen Problem mit Wolken. Zum Glück sind wir über der Wolkendecke. Ein bisschen zumindest. Ja, die Wolken sind genau auf der Höhe, wo ich gerade gucken muss, wo ich hinsprunge. Ja, kennen wir. Da war nämlich vorhin die Wolken. Was meine Mission ist? Hi. Ähm. Ja, wir versuchen gerade hier. Den Turm zu erklimmen. Genau. So einen Turm hier zu erklimmen und versuchen wir hier rauf zu springen. Ich war an dieser Kackleiter. Aber irgendwie schaue ich das gerade nicht. Die ganze Zeit geklappt, äh, geschafft. Und jetzt, äh, nein, das klappt nicht. Wie sie es hier einfach schafft, die ganze Zeit. Ja, nein, tu mich ja nicht, sonst wäre ich ja weiter. Wie, 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 wie ist denn der Trick? Gas geben und hüpfen irgendwann. Gas geben und hüpfen irgendwann. Ah, geschafft. Guck, Gas geben und hüpfen irgendwann. Das ist's nicht. Den fuck hab ich wieder bei dir im Sprung. Um's ob, jetzt schaff ich's nicht mehr. Du hast dir mein Skill grad geklaut. Ich geb ihn dir wieder. Warte, bis du fertig bist. Danke. Ah, sie hat's geschafft. Der arme Chris. Der geht jetzt erstmal in seiner Ecke schreien. Nehmt sich sein Kopfkissen und schreit. Und man kann die Wolken auch stellschalten, äh, meint, äh. Was? Äh, Oklahoma und, äh, Sirian. Ähm, dass man die Wolken ausschalten kann. Ach so. Oh, da hab ich wieder gezögert. Nein, sie hat's geschafft. Nein! Nein! Nein, es ist ein Vierersprung! Nein! Ich hab's verloren! Wie, wie hast du, wie hast die Leiter jetzt geschafft? Ich weiß es nicht! Ich frag mich sowas nicht! Ich hab doch keine Ahnung! Was? Nein! Nein, das tust du mir nicht an! Was ist das für ein scheiß... Das tust du mir nicht an! Das tust du mir nicht an! Er tut es mir an! So, jetzt heißt es wenigstens raus mit dem Springen. Wie muss man denn da weiter? Guck mich an, wenn ich's jetzt geschafft hab. Ich weiß nicht, wie man da weiter muss. Guck ich mir gleich an. So, erstmal muss ich die Leiter hier machen. Erstmal, das ist... ...wichtig. Ich nicht einfach. Wie hast du's gemacht? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach gelogen und gesprungen. Ohhhh, schön gelogen. So, und jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaub, der Sprung ist so nicht machbar, wie ich gedacht habe, dass man ihn machen muss. Ich geh mal hier ein bisschen rumgucken. Sieht gut aus. Ja gut, ich glaub, man muss wirklich von hier aus der Ecke nach da rüber springen. Wie hast du's gemacht? Ja. Du musst hier auf die Ecke versuchen zu springen, aber ich hab diese Ecke hier genommen. Die hier. Von hier oben? Von... Oder von eins tiefer? Äh, von daneben. Weiter nach vorne. Hier so? Von da. Und dann ganz nach hinten? Nee, 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 nee. Äh, von da hinten. Nee. Direkt geradeaus. Geradeaus. Da in die Ecke. Hier. Nee, nee, eins runter. Genau. Von da und dann... Nee, nee, musst du versuchen hier. Spann. Nicht in die Ecke da unten die, sondern hier. Hier. Da wollte ich ja hin. Okay. Ah, das sieht jetzt schön einfach aus. Ich bin gleich verkackt, er. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ach, quatsch. Mein Leben ist toll. Ich hasse mein Leben. Checkpoint. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Oh, ich hab's geschafft. Ich doch hasse doch nicht mehr Leben. nein das sind um die ecksprünge auf eis es wird nur besser nicht schlimmer deswegen habe ich es geschafft ja ich bin so glücklich freudig das ist richtig toll ab richtig was da auch toll nicht du schaffst es jetzt beim erstmals sehr gut sonst 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 weiß ich nicht was ich denn gemacht hätte ist gleich beim ersten mal geschafft hättest als ob ich kann so in so dinger nicht reinhüpfen ich weiß nicht wie das geht muss man da irgendwas besonder ich weiß nicht habe einfach anlauf genommen so dann auf den ganz weit nach draußen anlauf genommen denn hochgesprungen gut das jetzt es hat nicht gehüpft okay Nee.